Genau, man kommt da vorne ein paar Automate. Also ich sage jetzt, das große Las Vegas Casino erwartet ist von uns nicht ganz so richtig, aber es ist auch ein Konzertspielgruppe, obwohl auch das deutsche Publikum ist jetzt nicht dieses Casino Las Vegas. Also wer möchte, wer möchte natürlich auch diese Raucherloge von den Rentenbrennungen, alles inklusive. Man kann hier aber zusätzlich sagen, tollen Grundjacksen, tollen Zigarre auch kaufen, wenn ich gerne möchte. Wir können ja durchlaufen, wir kommen dann da vorne wieder raus.